Immer, wo es durchgeht. Ich lasse mich einfach nicht, die Härme lasse ich nicht führen. Das macht mich fertig. Eigentlich ein bisschen schwerere Arme. Ja. Und nicht zu fest selber. Es kommt einfach, ja, ich merke, ich sperre. Ja, Maja und Führer, das sind zwei Sachen, wo ich momentan auch noch ein bisschen Probleme damit habe. Haha, verloh. Nein, das ist zu viel aufs Mal. Vielleicht ist es wirklich auch, dass ich mich grundsätzlich im Leben, nicht nur beim Tanzen, nie gerne anführern lasse. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... Ich kann mich bewegen zu der Musik, aber da muss ich rechts hinten, schiefürschen, wenn es Choreografie sagt. Das ist gar nicht so einfach. Oh! And I learned how to get along, it's the way I'm back. Bis am 20. Mai habe ich ja noch ein wenig Zeit zum Üben, aber ich hoffe also schon, dass ich bis dann diese Schritte habe. Und da bin ich sogar 100% überzogen. Sonst bleibe ich zu Hause. Hallo, Stefan! Ciao! Applaus 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 Maja und Marc Zamen mit dem Sensor Delight Applaus 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 Oh, oh, oh Maja, man merkt, das ist Deine Zeit Deine Fans sind begeistern Disco Das ist total Disco